Kippe Waschpulver in deine Toilette und staune, was passiert. Klingt verrückt, ist aber wirklich genial. Du musst lediglich ein bis zwei Esslöffel Waschpulver in deine Toilette kippen, je nachdem, wie stark sie verschmutzt ist. Warte jetzt ungefähr 30 Minuten. In dieser Zeit können die Inhaltsstoffe im Waschpulver in deiner Toilette wirken. Das Ergebnis kann sich gleich wirklich sehen lassen. Wische mit der Klobüste noch einmal ordentlich durch, spüle danach und schon ist die Toilette wieder richtig schön sauber. Wenn du deine Toilette reinigen musst, dann...